Hey Leute und willkommen zu dem nächsten Video aus Bungertown und zwar zeige ich euch heute das 8er Haus und das wurde gebaut von dem Mark 3000 ES und das zeige ich euch denn jetzt einfach mal und zwar ist das hier wie schon erwähnt hier auf dieser linken Seite das Haus hier im Eingangsbereich im Grunde haben wir so eine kleine Info von ihm einmal sein Name Mark und Beyond oder wie auch immer man das aussprechen mag was das bedeutet kann ich nicht genau sagen aber es wird schon irgendeine Bedeutung haben deshalb vermutlich dann auch hier auf der rechten Seite noch dieses B hängt wohl auch damit zusammen dieses Design hier wie ihr seht hatten wir hier auch noch eigentlich nicht als Haus deshalb finde ich das ist eigentlich super geworden eigentlich wie jedes Haus hier aber hier das hat halt mal so einen besonderen Touch weil naja das gab es ja noch nicht und dann zeige ich euch das auch mal und dann gehen wir rein so dann hätten wir hier einen großen Flur und wir schauen uns da mal die einzelnen Zimmer an dann hätten wir hier direkt das Badezimmer na gut ein kleines Waschbecken hier oben ein bisschen Ablage eine Dusche und eine Toilette was will man mehr gehen wir weiter haben wir hier im Flur einfach so ein bisschen Schränke so ein bisschen Deko Ablagefläche geht dann so einen kleinen Hocker so eine Art Couchsitz wie auch immer mit WorldElef gemacht deshalb wundert euch nicht wenn es bei euch nicht funktioniert und dann kommen wir hier in einem den größten Raum im Grunde und zwar ist das dann hier die Küche Essbereich und Wohnzimmer in einem und ja hier hätten wir dann direkt die Küche wie ihr seht in einem Haus hatte ich auch schon mal dieses Waschbecken hier die Idee kam dann von ihm oder vielleicht auch vom Keralis aber ich weiß es nicht weil er baut ja auch dort mit und ja hier haben wir dann den Ofen mit einer Abzugshauber hier dann ein bisschen ja Regale bisschen Ablage ähm hier dann nochmal einzelne kleine Schubladen und hier dann so den Tresen hier reicht man dann das Essen drüber oder vielleicht kann man sich auch irgendwelche auch gerne nehmen oder die Stühle stellt die sich hier hin kann dann direkt hier so essen und ja wenn man das nicht will geht man dann hier hin dann haben wir hier einfach die Marking Stühle sechs Stück an der Zahl ähm am schönen Tisch auch wieder hier so mit so ein paar Regalen drumrum und hier gehen wir dann ins Wohnzimmer mir persönlich gefällt das nicht so ganz weil mir fehlt hier einfach so irgendwie ein Fernseher Wohnzimmer ohne Fernseher ist nicht unbedingt für mich ein Wohnzimmer weil wenn man hier auf der Couch liegt will man hier auf Fernseher gucken und das fehlt hier wie man sieht wenn man hier drumrum guckt ist es kein Fernseher da das schöne hier ist dann im Grunde hier dieser Kamin also dieser offene Ofen ähm das sieht ganz schön aus und ja dann gucken wir uns noch hier das Schlafzimmer an das ist hier vorne um die Ecke das ist hier abgetrennt mit einem großen Bett drinnen hier hinten in so einer ja auch wieder so eine Ablage ein bisschen Deko und halt den wunderschönen Blick hier draußen dann auf seinen Pool also den Pool des Hausbesitzers sieht man halt jetzt nicht ganz so gut deshalb gehen wir dann jetzt noch nach draußen und schauen uns den an ähm ja und hier seht ihr dann auch noch direkt diesen anderen See der hier liegt ähm ich hab noch ein bisschen weiter gebaut also 10 Häuser also ich denke mal so an die 20 Folgen werde ich kommen ob ich die direkt jetzt hier so im 2 Tage Rhythmus vorstellen werde das weiß ich noch nicht so ganz ähm schauen wir einfach mal so dann hätten wir hier noch den Pool ich mach mal kurz wieder Tag so ähm wunderschön hier so an der Ecke finde ich sehr schön geworden vor allem wenn das dann hier noch in den Seen mit reingeht dann haben wir einmal hier neben auf dem Sand ein paar liegen dann hier direkt auf der Terrasse im Grunde so ein paar liegen ja was will man mehr dann würde ich sagen werden wir hier mit diesem Haus auch fertig ähm danke an den Marc für das Haus und ja dann kommen jetzt noch so zwei Kamerafahrten und wir sehen uns dann bei dem neunten Haus wieder und zwar wird das dann hier geradeaus dieses Schrägdach sein und dann sag ich bis dann ciao und zwar und zwar und zwar und zwar und zwar